schaden und sprung in den tod jawohl war nur eine frage der zeit bis soweit war bei mir spring natürlich auch völlig blind ich gucke nicht mal wo der heuhaufen ist egal wir haben da ein fort was wir auslöschen welches wir auslöschen können und wir haben hier ein adler nest wo ist das denn so wie komme ich denn ach da muss ich ganz hin ok jawohl also das habe ich doch ganz gut hinbekommen mal so dann gehen wir mal näher ans fort heran hier ans vor und schauen uns das mal aus der nähe an ok versuchen wir doch mal verdammt ja klasse auch warum ship up oh okay ja das war genial connor das war richtig genial zack egal die habe ich ruckzuck klein gekriegt hier oh interessant hier gibt es wohl füchse oh das ist der schon na dann ach der haut da hinten ab ach das war der fuchs ich denke das ist schon hier der master naja jetzt drehe ich schon um gut so mal schauen wo wir hier einen guten eingang finden hier denke ich wohl mal eher weniger ja ich höre da drin schon wieder was glitzern das gefällt mir zack oh guck mal wie die auf mich schießen wollen kann man da nicht irgendwie einfach rein stürmen oder so ne ist zu ne wie soll ich denn dann da reinkommen überlege ich schon hier die ganze zeit irgendwie so zwei gegner weniger schon mal ich guck mich hier grad nochmal um aha hier also so stürmen wir hier das vor ach so jetzt ist er nicht hier oder was ach scheiße die pissnecke hier wieder um den muss ich mich anders kümmern erstmal naja komm schiebt ab hier ach komm verpiss dich da du trottel ich muss vor allem erstmal zusehen dass ich diesen einen schwer teine oder den da ach scheiß pissnecke ja weil der alles hier ablockt und das ist kacke na mach gar nix machst du hier sterben tust du so gut das hätten wir dann schauen wir doch mal was ist denn hier so markiert ach der ist jetzt da drin weil Alarm aus anonym werden um zu interagieren ich bin auch anonym bin ja ganz schön heftiges vor muss das sein hier dass ich hier so ohne weiteres einfach reinkomme so schloss knicken ach ja oh das ging aber relativ ach komm schon fick dich ich kapier das immer noch nicht so richtig wie das funktioniert hier aber egal ach komm schon meine Fresse nochmal was denn alter ich bewege das nicht mal und der nimmt das einfach wieder raus so alter wollen die mich verarschen das geht mir jetzt schon auf den Piss hier schon wieder was denn meine Fresse nochmal ja genau ich bewege die Maus bis zu dem Punkt wo er reingeht da mach ich gar nix alter das darf nicht wahr sein das darf nicht das darf nicht wahr sein ne alter ich das mach hinne hier meine Fresse nochmal ach Conner ey warum müssen die das so beschissen machen so jetzt aber ey alter Schwede boah ich krieg hier ne Krise 7500 what the fuck ok das war nicht schlecht Frage ist jetzt nur bitte bitte tötet mich nicht falscher Job oh was haben wir hier Feines ach hier müssen wir rein oder was ok interagieren wir mal oh explosiv oh jawoll ja das hat einen schönen Knall gegeben oh guck mal Pferde zack find ich witzig alter wo kommen die jetzt schon wieder alle her hier oh das ging daneben 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 kannst ja mal fett gar nix oh geil ach komm nur weil ich dich gerade am killen war den einer oh der liegt gerade am Boden da jawoll ja und der letzte oh der will noch ein bisschen mehr aufs Maul kriegen hier was zack der sollte hier doch irgendwo eigentlich sein oder was ist mit dem ich kapier das nicht weil ich Alarm ausgelöst hab oder was oder muss ich erst alle anderen vernichten hier wird ja auch ein Feind noch angezeigt genau hier aber ich kapier das nicht egal ich guck ich seh jetzt erstmal zu dass ich hier die beiden erledige ha guck ich mir gleich nochmal genauer an erst mal die Wachen erledigen so hier ist Ruhe ich weiß trotzdem noch nicht wie ich das hier jetzt genau machen soll was ich hier machen soll ha merkwürdig aha okay ach Mensch toll jetzt kann ich den hier irgendwie ich ich geh mal raus hier nochmal und komm nochmal wieder vielleicht respawnt das dann ja und tschüss Kollege oder muss ich erst hier alle erledigen bevor ich halt du dich da raus ach komm schon ach ich bin schneller was ist denn das für ein verkackter Alarm hier schon wieder zack hammerfett näher ans vor herankommen okay wird gemacht oh verdammt ich hab ich bin geschlichen Trottel egal der ist alleine ne ja ich überlebe einfach einen Schuss ja komm fick dich jetzt gibt's aufs Maul Junge so schieb ab oh geil ne Axt hab ich die jetzt jawohl ja komm oh ja so nochmal ein bisschen weg hier oh ein Hase bam alter die fette Axt bockt voll so eine muss ich mir auch besorgen jawohl ja hey das finde ich nicht nett oh voll in die Luft geballert du Trottel zack dafür kriegst du erst mal eine Axt ins Genick alter hat der Wichser mich hier tatsächlich ausgekontert was das finde ich aber nicht nett oh das war heftig ey ach und du auch tschüss alter Schwede die Axt bockt die Axt bockt behalte ich was denn achso Eliminierungsmission muss ich erst annehmen sagt mir das doch einer ach und da sind jetzt auch alle Feinde respawned oder was ne sind sie nicht Tor ist auch noch offen jawohl ja dann lad mal kurz deine Waffe nach Connor geben wir dem Fett ne Kugel wenn er das glatt läuft war ja klar war ja klar dann dann war ja das war ja